Das stinkt wie scheiße hier. Das stinkt hier wie Sau, ja. Du, das stinkt hier auch. Ja, ja. Das waren vier Sauen. Vier Sauen. Bei dir war das. Ne, die hier hinten raus sind. Ja, gute Nase würde ich sagen, ne? Ja, aber crazy, man. Direkt hier daneben, neben der Koppel hier. Aber auch direkt unter dem Boschhaufen, ne? Die konntest du nicht sehen. Erst als der Hund drinne war. Da konntest du die Schatten sehen. Hup! 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 Hup, hup! Aber ist ja auch etwas düllig, ne? Kleine Tümpel hier für die Sahne. Hup, hup! Hup, hup! Hier werden den Dattel... Hup, hup! Hup, hup! Hup, hup! Hup, hup! Ja ja, die haben. Alles gut? Nur die Nase, oder? Okay, fine. Und voran, voran, und weiter. Und weiter. Wo bist du? Gut. Hopp, hopp. Rollo, komm. Ist gut, Rollo, Rollo. Gut gemacht, ja. Super gemacht, gut gemacht. So, und weiter, komm. Und weiter, komm. Und los, voran, voran. Los, voran. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hopp, hopp. Hi, hopp. Hopp, hopp. kommst du hier rüber? hopp 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 komm hier los ja mega geil befahren der wechsel hier ohne ende hopp 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 bleib mal stehen ich komme zu dir hopp hopp voran mein Hund, voran 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 nach voran nach hopp 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 hoppела digga kann sein Kann sein. Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Ja, das nennt man einen befahrenen Wechsel. Die gehen nach vorne raus. Ja, ja, hier war ein Meer drin. Ja, jetzt gucken, ne? Achtung, unten! Pass auf, unten! Oder soll man tauschen? Die kommen unten lang. Ja, die sind beide dran jetzt. Ja, das ist Sau. Na ja, ein Klavier nach hinten, vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, die Frischlinge nach da. Na ja, sind beide gleich vor. 236 Meter vor uns. Ja. Aber ziehn runter. Ja. Alter, was für Pferdenabdrücke hier. Das ist kein kleiner Keiler hier. Hopp, hopp! Ja, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Ja! Hopp, hopp! Ja, Aaron ist schon wieder da. Wir haben gerade zwei Frischlinge rausgebracht hier. Und Rollo ist noch 288 Meter. Er kommt zurück, hoffe ich. Ja, so sieht's aus. Hopp, hopp! Hopp, Aline! Hopp, Aline! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hi, mein Hund! Hi, mein Hund! Ja! Super! Super! Yo! Den hätten wir gekriegt! Hä? Stickierung! Buchenholz her! Rollo, komm! Was? Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, Aline! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp, hopp! Ja! Ja…. Stark belaufen, würde ich sagen… Die Kehrung! He-he! Hopp, hopp! Hopp! Hopp, Aline! Hopp, Aline! Ye-ye-ye punt! ötig. Hopp, hopp! Hopp, hopp, hopp! Hopp, hopp! Hopp hopp, ja, hopp hopp, hopp hopp, oh lauf, oh lauf, hopp, 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 hopp hopp, 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 hop Oh los da, oh los. Hop hop. Hop hop. Oh, ran voran. Hop hop. Hop hop. Ja, was könnte das sein? Rotwildlosung. So sieht's aus. Rotwild haben wir auch hier. Hier wieder einer der stark befahrenen Wechsel. Da tauchen wir mal an hier. Hop hop. Hop hop. Ja, was soll man dazu sagen? Reines Sauenparadies. Und Rotwild ist hier auch nicht gerade so selten. Aber von den Wechseln, mega. Liegen auch schon einige Sauen auf der Strecke. So, ganz weiter gehen. So, tiefste Gangart. Hopala. Oha. Das ist natürlich schlecht. Ah. Ah, man hat wildsichtig. Und ich hoc hier drinnen. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Das ist das Spekuliereisen. Rollo, 62 Meter vor mir. Aaron, 108 Meter hinter mir. Okay. Hop hop. Hop hop. Hop hop. Hop hop. wo man noch hinguckt haben die sauen gebrochen so kamera sauber, i hope so hop 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 ja manchmal muss man auf alle vieren hier durch den busch kriegen um durchzukommen hop hop ja wie man mal wieder sehen kann wo man es gar nicht vermutet hier ist eine fußgängerüberbrücke, hier lagen die sauen gerade drei überläufer hier raus und einmal über dem weg nach hinten weg ja crazy hop 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 Wir zwei hatten schon Ewigkeiten nicht mehr das Vergnügen. Uns in vertrauter Zweisamkeit der Geselligkeit zu fügen. Doch wenn ich uns hier so seh, nach all den vielen Tagen, dann überkommt mich das Bedürfnis, in Gemeinschaft heutzutage zu jagen. Oh, wie du. Oh, wie du. Müge uns für alle Zeitung, diese Leidenschaft begleiten. Oh, wie du. Wir zingen durch die Felder und wir stuckeln durch die Wiese. Für uns gibt es nichts Schöneres, diese Schöpfung zu genießen. Weil ab und mehr...